Moinsen, ich habe gerade erfahren, beziehungsweise ich habe heute Mittag schon erfahren, dass der Born to Sweet Geburtstag hat. Frühe Lisa, Golden is back LP und ich wollte einfach nur mal sagen, alles Gute zum 15. Ich könnte es jetzt ja so machen, dass ich dieses Video von Spongebob verlinke mit Du bist alt, aber das bist du ja ganz gewiss noch nicht. Und ich wollte einfach mal sagen, mach weiter so, mach wieder Videos und ja, genieß noch so ein bisschen den Rest von Deinem Geburtstag, obwohl A, wenn das Video online ist, denke ich mal, ist Dein Geburtstag schon vorbei. Deswegen wünsche ich Dir alles Gute nachträglich und ich hoffe mal, dass die Botschaft auch bei Dir ankommt. Und war halt so eine Spontanaktion. Ja, wir sehen uns natürlich wieder in meinen Videos, ne. Würde mich freuen, wenn Du auch weiter so fleißig kommentierst. Und ja, hoffe mal, dass Du reichlich beschenkt worden bist und dann auch schön gefeiert hast. Beziehungsweise, wenn Du heute nicht gefeiert hast, beziehungsweise gestern, dass Du am Wochenende schön feiern wirst. Ja, alles Gute wünscht Dir, Dein Benni. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020